Hallo und herzlich willkommen zum E-Learning-Kurs Basiswissen Umweltmanagementsysteme nach ISO 14001 und EMAS-Verordnung. In diesem E-Learning-Kurs wollen wir uns mit dem Basiswissen den Grundlagen von Umweltmanagementsystemen nach der weltweit gültigen Norm ISO 14001 und der europäischen EMAS-Verordnung beschäftigen. Das sind zwei Regelwerke, die beide ein Umweltmanagementsystem bezeichnen, die sich weitgehend überschneiden. Die ISO 14001 ist ein Bestandteil eines Umweltmanagementsystems nach EMAS, aber es gibt im EMAS-Umweltmanagementsystem zusätzliche Anforderungen, die wir in diesem Kurs ebenfalls betrachten werden. Was sind die wesentlichen Inhalte dieses Kurses? Zunächst einmal wollen wir uns fragen, warum gibt es eigentlich Umweltmanagementsysteme? Was war der Anlass, dass die ISO und die europäische Gemeinschaft als Ursprung der EMAS-Verordnung sich entschieden haben, ein Management-System in Form einer Norm beziehungsweise einer Verordnung zu beschreiben? Was ist der Hintergrund? Was wollte man mit diesen Normen, mit diesen Umweltmanagementsystemen erreichen? Nachdem wir diesen Hintergrund verstanden haben, werden wir uns mit ein paar der wesentlichen entscheidenden Begriffe zum Thema Umweltmanagementsystem beschäftigen, die schon sehr viel klar machen, worum geht es eigentlich in den Umweltmanagementsystemen? Wie ticken diese Normen? Wie sind sie aufgebaut und welche Themen bearbeiten sie eigentlich? Den Hauptpunkt nehmen dann aber die Normanforderungen der ISO 14001 ein und im nächsten Teil schauen wir uns dann auch noch die zusätzlichen Anforderungen der EMAS-Verordnung zu diesen Normanforderungen, die ja wie gesagt in der EMAS-Verordnung auch enthalten sind. Schauen wir uns diese an. Die EMAS-Verordnung, wer andere Management-Systeme, die ISO 14001 Entschuldigung, wer andere Management-Systeme kennt, der kennt bereits den grundsätzlichen Aufbau dieser Norm, der ähnlich wie der aller anderen ISO-Normen für Management-Systeme ist, enthält also Anforderungen, die sich mit der Beschäftigung mit dem Umfeld, die Norm nennt das Kontext der Organisation beschäftigen, beschreibt die Aufgaben der Führung der obersten Leitung im Umweltmanagementsystem und geht dann nach dem bekannten PDCA-Zyklus vor, in dem es Vorgaben für die Planung eines Umweltmanagementsystems, für seine Durchführung, für seine Überwachung und für die Reaktion auf die Überwachungsergebnisse beziehungsweise auch die fortschreitende Verbesserung im Sinne von fortlaufender Verbesserung macht, in einem Kapitel, welches eben fortlaufende Verbesserung des Management-Systems heißt. Zu all diesen Schritten, Abschnitten der ISO 14001 werden in Unterabschnitten detaillierte Anforderungen gestellt und diese wollen wir uns in diesem Kurs Punkt für Punkt ansehen. Wir wollen verstehen, was in der Norm steht, was das bedeutet, was darin steht. Sie werden sehen, an der einen oder anderen Stelle ist die ISO 14001 etwas juristisch formuliert, was kein Vorwurf ist, was gar nicht anders geht, weil diese Norm ja für alle Organisationen dieser Welt gültig sein sollte und auch ist und entsprechend aber sehr allgemein formuliert ist. Und nachdem wir verstanden haben, was dort drin steht, werden wir uns auch immer damit beschäftigen, wie kann man diese Anforderungen im Unternehmen so umsetzen, dass sie für das Unternehmen einen Sinn ergeben. Denn das ist natürlich wichtig. Das, was die Autoren der ISO 14001 sich ausgedacht haben, ist in aller Regel sinnvoll für einen guten, wirkungsvollen, betrieblichen Umweltschutz. Und wenn man verstanden hat, was die Intention dieses Absatzes ist, dann kann man das in aller Regel auch so umsetzen, dass das für das Unternehmen keine zusätzliche Belastung, sondern tatsächlich einen spürbaren Nutzen bringt. Wie gesagt, im Anschluss an die intensive Beschäftigung mit der ISO 14001 werden wir dann noch einen Blick auf die zusätzlichen Anforderungen der EMAS-Verordnung werfen, sodass Sie auch diese genau kennenlernen. Und wir werden im Rahmen der Beschäftigung mit der ISO 14001 einen Exkurs einlegen. Denn eine wichtige Anforderung der ISO 14001 lautet, dass man rechtliche Verpflichtungen einhalten muss. Also Verpflichtungen, die in Gesetzen, Verordnungen und anderen Rechtsquellen enthalten sind. Und ja, damit man das einigermaßen zielgerichtet angehen und umsetzen kann, müssen wir uns mit den Grundzügen des Umweltrechts beschäftigen. Und das wird uns in einem größeren Exkurs im Rahmen dieses E-Learning-Kurses beschäftigen. Ja, und zum Abschluss dieses Kurses werfen wir dann noch einmal einen Blick auf das Vorgehen bei der Implementierung eines Umweltmanagementsystems. Wenn Sie sich etwa entschieden haben, ein solches Umweltmanagementsystem neu einzuführen in den Unternehmen. Wie sollten Sie vorgehen? Was sind die logisch sinnvollen Schritte? Und ja, mit diesem Implementierung haben wir dann auch den Kurs bereits geschafft. Mir bleibt jetzt an dieser Stelle ja erstmal nur noch Ihnen für das weitere Vorgehen zu wünschen, dass Sie für Sie Wichtiges, Neues, hoffentlich auch Interessantes erfahren und dass Sie hinterher mit dem, was Sie hier sehen und lernen werden, dann auch in Ihrem Unternehmen ganz konkret etwas anfangen können und Ihnen das Ihre Arbeit erleichtern möge. Das ist jedenfalls meine Hoffnung und natürlich, auch das gehört dazu. An dieser Stelle wünsche ich Ihnen auch schon mal viel Spaß bei der Durchführung dieses e-learningen Kurses.